So, und damit grüße ich euch herzlich zurück hier bei Rai's Son of Rome. Wir waren hier stehen geblieben, Moment, lasst mich fortsetzen, und stürmen gerade auf den Hügel zu. Scheinbar, um den Barbaren ein für alle Mal in den Innen zu bereiten. Wir gehen in Stellung. Sehr cool. Okay, wir gehen weiter. Deckung. Wir erzielen die Speere. Und werfen. Und wieder in Deckung. Speere. Werfen. Okay, der Rest flieht, alles klar. Weiter geht's, Leute. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hier, Seite an Seite mit unseren Legionären. Okay, wir gehen in den Hügel hinein. Ihr seht hinten auf den Helmen übrigens römische Zahlen der Legion. 14. 14. Der Legion. Und genau so eine Detailverliebtheit ist es, die wir brauchen. Oh, wir haben einen Mann verloren. Da kommt ein neuer nach vorne. Alles klar. Okay, alles klar. Ich will jetzt nichts hier riskieren. Okay, das sieht mal nach einem Tempel aus. Ich weiß nicht, ob die Barbaren sowas gehabt haben. Es wirkt einfach cool. Finde und fasse Oswald. Ich muss mich beeilen. Warum haben die Dänen bitte geopfert? Meine Herren. So, wir beeilen uns. Speere. Ah, die will ich schon gerne mitnehmen. Apropos mitnehmen. Moment, Leute. Wo ich gerade dran denken muss. Äh, nee. Okay. Ah, genau. Hier. Fähigkeitsverbesserungen. Achso, ist noch gesperrt. Okay. Wir können trotzdem einiges verbessern. Sehr schön. Wir haben echt viel Erfahrung gesammelt. Das steht fest. Aber was soll das denn jetzt? Hilfe, Hilfe. Meine Xbox ist in den Shop gegangen. Achso. Achso. Mein Geld reicht nicht mehr aus. Doch, klar reicht mein Geld aus. Ach, ich bin oft mit Gold kaufen gekommen. Das können wir so gar nicht kaufen. Ich verstehe schon. Ah, okay. Okay. Ach, Quatsch. 30.000. So viel haben wir nicht mehr. Okay, ich verstehe. Ich nehme alles zurück. Hat die Xbox gut gemacht. So. Hoch da. Wir gehen weiter. Wieder durch den schmalen Gang durch. Hier auch mal wieder eine Szene, die rein der Atmosphäre galt. Und ich fand sie wirklich gut gelungen. Was soll man dazu sonst sagen? Sorry, Leute. Sturmangriff. Kommt, schon tötet die. Okay, da kommt noch mehr. Wir gehen runter. So. 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 Oh, Mann. Kriegen halt alle ein paar Schläge von uns ab. Ist auch egal. Ab ist der Arm. Rein in den Hals. Schlag mit dem Schild. Sehr schön. Sehr schön. Ich muss ein bisschen mehr auf die Tasten achten. Aua. Äh, da sind ein paar Sprengfässer. Da will ich ungern rankommen, lieber Britte. So. Alles klar. Es geht weiter. Neue Sehenswürdigkeit freigeschaltet. Okay. Eine Tür. Das war aber kein starkes Schloss. Alter Schwede. Das sind, glaube ich, viele, die hier noch kommen werden. So. So. So, sehr schön. Komm her. Eins. Zwei. Drei. Sehr schön. Nächster. Ah, okay. Cool. So können wir ihm sein Schild abnehmen. Falsche Taste. Damage. Komm. Her. Ich muss mehr mit Abwehren arbeiten. Die Rolle ist nicht ganz so effizient, wie ich finde. Ich würde sagen, ihr bezahlt mit eurem Blut, liebe Barbaren. So, alles klar. Da fehlt dir mal eben der Arm. Also, die Kämpfe sind wirklich gut inszeniert. Was soll man dazu sonst sagen? Boah, da wäre der starke Schlag gewesen von dem Hund hier. Komm. Boah, Leute. Die Inszenierung ist gerade Hammer. So. Gibt's doch nicht. Zweimal die falsche Taste ist. Das war. So, jetzt seid aber zufrieden, oder? In den Reihen gerollt. Das ist natürlich schlau von mir. So. Der wollte es ja nicht anders, ne? Da kann ich gar nichts für, was hier gerade passiert. So. Sehr schön. Oswald, wenn du so mutig wärst. Ach du Schande, was geht denn jetzt ab? Ist schon klar, da kommen die nächsten Vollidioten. Boah, Alter. Machen die Schaden. Ne, wir brauchen den hier. Was soll ich denn dagegen machen? Wo war nochmal die Fokustaste? Ja, tot. Marius wurde besiegt. Erneut versuchen. Ja, okay. Das ist eine in der Tat sehr, sehr schwierige Stelle. Das muss ich leider zugeben. Okay. Ich hoffe, es kommen nur nochmal diese Feuerkrieger. Ja, kommen. Okay. Wo war jetzt dieser Fokus-Modus? Yo. Eins. Eins. Okay, der andere ist so gestorben. Okay.